Hallo, euch allen einen schönen Sonntag. Wir sind bei Neumünster TV und ich freue mich, ich treffe mich jetzt mit Sami Inchi, weil wir als Stadt Neumünster suchen 200 Schöffen bis Ende Februar und jetzt wollte ich, Sami ist einer dieser 200 Schöffen, ich wollte jetzt mal ein bisschen wissen, was macht ein Schöffel. Herzlich willkommen Sami, du bist Schöffel, was ist ein Schöffel? Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, vielen Dank auch an Neumünster TV, die bei der Werbung von Schöffinnen und Schöffen mitwirken, dass wir die Möglichkeit haben. Ich bin seit über 16 Jahren Schöffel und das ist eine ehrenamtliche Richteraufgabe. Richter, ja? Ja. Schöffel ist praktisch ehrenamtlicher Richter. Ja, ja, ich bin ein ehrenamtlicher Richter ohne Robe. Ohne Robe? Ohne Robe, weil es muss ein Unterschied zwischen Berufsrichterinnen und Berufsrichter und Schöffinnen und Schöffen da sein. Man sitzt auf der Richterbank und hat die Rechte und Pflichten eines Berufsrichters und man diskutiert, man sitzt in der Verhandlung die ganze Zeit oder ist dabei und entscheidet letztendlich nachher mit und dann wird auch gemeinsam die Entscheidung verkündet. Du sprichst praktisch Urteile vor Gericht, Sami. Ja, das ist richtig. Ich entscheide mit und der Berufsrichter verkündet das Urteil im Namen des Volkes. Aber das ist eine ehrenamtliche Aufgabe, eine sehr wertvolle Aufgabe und ich kann nur jedem raten, sich zu bewerben, um damit zu machen, diese Erfahrung zu machen, weil das eine sehr wertvolle gesellschaftliche Aufgabe ist. Welche Qualifikation bringst du denn mit, dass du so ein wichtiges Amt ausüben kannst? Ja, man muss natürlich einige formale Voraussetzungen erfüllen, wie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, Volljährigkeit. 18 bist du ja. 18 Betti, ja, ja. Und ansonsten gibt es da keine formale Voraussetzung, was den Beruf anbetrifft, soweit ich informiert bin. Und ich kann nur empfehlen, sich dort zu bewerben, damit wir ausreichende Schöffinnen und Schöffen für diese ehrenamtliche, wertvolle, hoheitliche Tätigkeit haben. Und wie viel Arbeit ist das? Also bist du jeden Tag im Gericht? Nein, natürlich nicht. Wir sind ja keine Berufsrichter, aber es gibt eine Jahresplanung. Da werden die Termine verkündet zu Beginn des Schöffenjahres. Und man bekommt zu diesen Terminen Einladung vom Gericht, wenn Strafsachen beim Schöffengericht angeklagt werden. Und dann geht man zum Termin. Und im Termin, nicht vor dem Termin, das ist wichtig, weil man ja als Schöffe unbeteiligt ist. Und durch die Erkenntnis und Erfahrung, das, was man in der Verhandlung mitbekommt, letztendlich dann bewertet und mitentscheidet. Also das heißt, unvoreingenommen, wir den Fall anschauen. Ja, ja. Wir kriegen überhaupt keine Information vor Beginn einer Schöffenverhandlung. Und in der Verhandlung bekommen wir die Information, wie alle anderen, wenn es eine öffentliche Verhandlung ist, wie alle anderen Beteiligten auch. Der einzige Unterschied ist, dass man halt die Rechte und Pflichten dort hat, mit zu entscheiden, wenn die Verhandlung zu Ende geht. Und was ist so ein typischer Fall? Ja, es gibt sehr unterschiedliche Fälle. Das kann natürlich Diebstahl sein, das kann Körperverletzung sein, das kann im Zusammenhang mit Verkehrsunfall bedingte Straftaten sein und, und, und. Es gibt natürlich auch größere Sachen, aber ich glaube, beim Amtsgericht oder auf der Ebene des Amtsgerichtes sollte man erstmal die Erfahrung machen. Deswegen suchen wir ja in Neumünster viele Schöpferinnen und Schöffen. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, wenn man diese wertvolle Aufgabe macht. Und auch für die berufliche Entwicklung ist es wichtig, dass man als Vertrauensperson diese Aufgabe zugesprochen wird, wenn man irgendwann mal mit dabei ist. Also es geht uns auch so, wenn wir Bewerbungen haben und da sehen wir, da ist jemand ehrenamtlich oder ist jemand Schöffe, dann ist das schon ein Zeichen. Das ist eine verantwortungsvolle Person, die sich da mitbekommt. Also kann ich nur zustimmen und wie gesagt, ich kann nur jedem raten, da mitzumachen und die gesellschaftliche Aufgabe für dieses Amt mitzutragen. Also das ist einer unserer Neumünsteraner Schöffen. Wir brauchen 200 davon. Wir freuen euch bis Ende Februar könnt ihr euch noch bewerben. Wir freuen uns auf die Bewerbungen und man findet den Link dann in den Shownotes. Danke.